Ich freue mich euch zur Tech News für diese Woche begrüßen zu dürfen und somit zur Ausgabe 34 2021. In der heutigen Tech News habe ich folgende Schlagzeilen für euch. Anker bringt eigene Streamingbox, Sony rollt endlich das VRR Update für den Sony X-H90 aus und die Xbox Series X und S erhalten offiziell Dolby Vision Gaming. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mich oder meinen Kanal unterstützen wollt und euch das Format Tech News gefällt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen kleinen oder großen Kommentar. Das hilft dem YouTuber-Rhythmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Der chinesische Hersteller Anker, welcher wohl vorrangig für seine exzellenten Handyladegeräte bekannt ist, versucht sich nun an seiner ersten eigenen Streamingbox. Die Box, welche unter der Marke Nebula erscheinen wird, soll mit Android TV 10 daherkommen und die Unterstützung für 4K Streaming mit HDR und Dolby Vision bieten. Die kleine HDMI-Box soll dabei Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Disney+, Netflix und YouTube unterstützen, sowie die Videocodex HEVC und VP9. Der Nebula Streaming Player wird bereits für 89,99$ gelistet, eine Veröffentlichung in Europa ist aber derzeit noch nicht bekannt. Kaum zu glauben aber wahr, nach gut einem Jahr liefert Sony endlich das heißersehnte Firmware-Update für den Sony X-H90-Fernseher, welches die Unterstützung für VRR und im Auto-Low-Latacy-Modus implementiert. Das Update, welches viele Besitzer dieses Fernsehs bereits Ende 2020 erwartet haben, liefert somit endlich die essentiellen Gaming-Funktionen für die Verwendung einer Xbox Series X bzw. S. Gleichzeitig kann dies natürlich ein Indiz dafür sein, dass die Playstation 5 die Unterstützung für VRR und im Auto-Low-Latacy-Modus auch sehr bald erhalten könnte. Dennoch müssen X-H90-Besitzer weiterhin etwas stark bleiben. Das Update erscheint nämlich vorerst nur in China und behebt auch nicht das Auflösungsproblem, welches der Fernseher bei einem 4K 120Hz-Signal aufweist. Für Xbox Insider-Tester schon ein alter Hut, aber viele Besitzer einer Xbox Series X bzw. S können endlich aufspringen. Die neuen Xbox-Konsolen haben nun offiziell den Support für Dolby Vision Gaming erhalten. Damit geht die Unterstützung für das dynamische HDR-Format aus der Beta-Phase und ist somit für alle Besitzer einer Xbox Series X bzw. S verfügbar. Aber Achtung! Euer Fernseher muss Dolby Vision Gaming explizit unterstützen. Bietet euer Fernseher keinen Gaming-Modus im Dolby Vision Betrieb, kann dies einen heftigen Input-Lag mit sich bringen. AG's C1 und G1 OLED-TVs beispielsweise bieten einen Support für Dolby Vision Gaming mit bis zu 120Hz. Passende Bildeinstellungen für beide Fernseher findet ihr hier auf meinem Kanal. Und wieder kaum zu glauben, aber wahr. Panasonic liefert nach einer zweijährigen Pause endlich wieder ein Firmware-Update für die hauseigenen Ultra HD Blu-Ray-Player. Konkret für den DPUB 9004, DPUB 824 und den DPUB 424. Dem Changelog zufolge liefert das Update leider keine Bugfixes, dafür aber die Unterstützung neuer Ultra HD Blu-Rays, die möglicherweise Probleme mit den genannten Playern gemacht haben. Ja und damit war dies die Tech News für diese Woche. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Falls ja, so lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn so verpasst ihr keine weitere Tech News Ausgabe mehr. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!